So Freunde, es ist wieder Doppitag. Und heute wird es super heißig. Was Neues? Völlig neuer Doppi mit Klappmesser. Das heißt, ihr geht runter, macht den Doppi, ihr müsst euch in dem Fall hinlegen. Das heißt, die Mädels, die es über die Knie machen, ist alles gut, ihr müsst sowieso runter. Dann macht ihr euch lang, holt euch rum und jetzt ein Klappmesser. Die Hände berühren die Füße. Dann wieder zurück, ran, hoch und Doppi. Guckt dann, dass ihr die Seite wechselt, wenn ihr es zuhause macht, schafft euch Platz. Wenn ihr jetzt geht, dann noch viel zu runter, dass ihr dann halt bei dem nächsten Doppi zur anderen Seite holt. Wieder zurück, ran und Doppi. Weil es etwas anspruchsvoller ist. Fünfzehn Minuten, aber dabei Vollgas. Okay? Postet uns, was ihr gehockt habt. Haut rein, bis gleich. 5. Vielen Dank.